unter phobie das ist ja eigentlich das wort angst und da versteht man eine besondere angst auf eine bestimmte situation also zum beispiel eine soziale phobie würde heißen ich habe angst davor leuten zu begegnen mit leuten zu sprechen oder vor leuten zu sprechen oder wenn man eine phobie hat vor bestimmten tieren also spinnen phobie wäre so das bekannteste dann hat man eben angst vor spinnen oder möglicherweise angst vor höhe das ist dann auch wieder eine phobie eben eine angststörung mit höhenangst und da gibt es verschiedene die kann man ganz gut behandeln mit psychotherapie manchmal auch unterstützt mit einem medikament aber eigentlich hilft eine psychotherapie